Ich kann mich selber fast nicht organisieren. Äh, in der Stadt hier... Ich spring da rein! Oh, fick die Hölle, Alter. In der Stadt hier kann man sich auch nicht orientieren. Alter, ich muss unbedingt mal kurz die Helligkeit hier hochstellen. Ich seh nix. Ja, ist das mega, oder? Hab ne Vectro gefunden. Ach, wisst ihr was? Kannste selber nehmen, ich hab ne extended Vectro. Mach ich auch. Auto? Wer fährt? Jemand, der nicht wir sind. Gut. Hat angehalten bei uns? Ich hab an meinem Haus Schritte. Ich bin neben... Was? Da waren welche. Ja. Da wird aber auch genockt. Ja, das war ich. Danke, Lisa. Das wär freundlich. Ich bin auch bei euch in der Nähe, jetzt unten drinnen. Hier ist noch einer. Hat ein Mini-Hit. Hab ihn. Sauber. Ich geh hoch zum Mondi. Ja, er ist tot. War sofort tot. Ich hebe Mondi auf. Äh, du hast da ein Blutfleck an der Brust. Ja. Ich fühl mich auch grad ein bisschen durchsiebt. Leonard, schön, dass du da bist. Hast du Heals? Sonst dropp ich dir mal, ähm... Scheiß. Hier geht grad... Fahrverwände und ein Schmerzmittel. Okay. Hier geht grad Savage. Die Test-Map. Die neue von PUBG. Alter. Glaubst du sofort, der hat mir mein... Der hat mir fast meine Weste und meine... Mein Zweihelm hat er mir ganz weg geschossen. Ich hab noch keinen Helm. Ich hatte mir mal die M4 von dem genommen. Ich hab noch keinen Helm, seh ich grad. Hier, 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 komm mal runter. Runter, in dem Haus, hier bei wo ich bin. Hier liegen mehrere... Wann redest du denn du? Ich hab jetzt nen Einerhelm. Gut, hier liegen mehrere Einerhelm. Liegt da ne Zweiner? Übrigens... Es tut mir leid, dass ich das nicht sagen muss, aber scheiße war ich gut. Äh, Scar Elf. Ich hab den von gegenüber weggeballert. Für jemanden, wer will denn das, Scar? Ich bin auch ganz stolz auf dich. Hast du ganz fein gemacht. Hier ist ne Mini und ne Car. Die Mini hab ich hingeworben. Achso. Ich hab ne Vector und ne... und ne M4. Haben wir jetzt dieses Kackdorf hier durchgelootet oder nicht? Hier liegt ne Scar. Ich glaube nicht. Ich hab auch ne Vector und ne M4. Hat jemand... Hier ist ne neue Weste bei mir hier, wenn du eine willst. Einer oder Zweier? Äh, Einer. Ich weiß nicht, ich glaub das ist meine noch besser. Achso, hast du ne Zweier? Hab irgendjemand zwei... Hier Tactical Stocks da? Die praktischen Dinger da für die Schulter? Ne, ich brauch da auch noch eins. Ich bring den... Hast du ein erweitertes Magazin jetzt mittlerweile, Kyla? Ich hab nämlich jetzt eins. Extended Quictor. Achso. Okay. Waren das die eigentlich mit dem Auto oder... Waren das die aus dem Dorf? Ich bin bei dir. Dreier Weste. Glückwunsch. Ich hab einfach drauf geschossen. Ich habe Heilung gefunden. Simon, ich hätte zwei Zweierscopes zum Abgeben, wenn du willst. Ich habe zwei Zweierscopes an meinen Waffen. Ich hätte auch... Ich hätte gern... Ich hätte gern eins davon, wenn's geht. Ich will keins davon haben, von daher ja. Klar. Achso, ja. Okay. Hab nochmal hier mitgenommen. Komm mal zu dir gleich direkt darüber, dass ich's abgeben kann erstmal. Vierer Scope hab ich jetzt. Sehr schön. Auf der M4. Ah. Warte. Hier. Ich hätte hier noch ein weiteres Schnellmagazin. Achso, ja. Oder brauchst du das zweite auch? Das zweite Zweier? Nee, nee. Oder? Ich habe noch einen Extended Quickdraw für MP. Hat jemand einen MP Shally gesehen oder sowas? Nee. Nee. Er musste mal zu mir kommen, ich kann's nicht mitnehmen. Hier in dem Haus, wo ich bin, da liegt auch noch ein Zweierscope. Ein Zweierscope. Soll ich meinen Zweierscope dann wegschmeißen inzwischen? Gut, keine Einwände ist weg. So Leute, wir sind mitten in der Zone, da haben wir Glück. Ja, hier sieht man die Zone ja vorher. Was ich durchaus langweilig finde. Schicke Waffe, Moni. Bist du überhaupt nicht auffällig damit? Nee, ne? Die ist geil, oder? Also das ist der Punkt, wo ich keine Scar nehmen würde. Achso, du hast es um Heilung vergessen, ne? Weil die orange ist. Nee, ich habe sie nicht mehr mitnehmen können. Auto? Autorack? Aus dem habe ich fünf K... Der hat geschossen auf mich. Ich war das nie. Auf mich wurde geschossen. Wo? Der muss ja irgendwo sein. Der, der parkt hier irgendwo bei mir in der Nähe. Ich bin bei dir gegenüber. Da habt ihr einem hinter dem Haus geparkt. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich habe sie gesehen. Bei 120 von mir aus gesehen. Mhm. Von die aus glaube ich nicht sehbar. Warte, ich markiere mal... Äh... Warte mal, ich... Auf das Haus... Dort hinten. Gucke. 120 direkt vor mir. Sieh mal über dir. Über dir. Ja, ja. Ich bin down. Beide mitgenommen, beide tot. Super. Cool. Könntest du mich aufheben? Oder jemand? Hey Mondi. Ah, dankeschön. Ja, du mich, ich dich. Ah. Hat zufällig jemand einen Red Dot? Hier liegt ein Holo. Nee. Das will ich. Ich habe eins. Ja, würde ich nehmen. Ich hasse das Holo. Warte, komm mal rein. Donut, ich habe vorhin geschrieben. Ich kann gerade nicht so auf den Chat achten. Habe ich sogar gesagt. Entschuldigung, jetzt kann ich wieder. Yeah, Squad. Ja, Donut. Ist klar. Hier liegen zwei Holos. Und noch viel 5er Muni, Leute. Ich habe jetzt genug eigentlich. Schön. Also Muni findet man ja mittlerweile echt viel hier drin. Sag ich ja. Schön, beide. Jemand hat einen Red Dot über? Ich, ich, ich. Achso, ich nicht. Hier. Donut wird wieder auf dem Handy dabei sein. Deswegen ist er kein Mod mehr. Behalt das Holo erstmal, oder willst du das haben? Ich habe selber noch eins, danke. Aber die haben alle keinen taktischen Ding gehabt. Oh, ich hasse, dass das, wenn man Steuerung drückt, um was zu teilen, die Taste quasi einrastet. Ja, Donut, dann, 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 dann reg dich nicht gleich auf, ne? So. Habt ihr alles für alles und jeden? Hier liegt übrigens eine Abangauflage SR für die Kar. Für die Kar unter uns? Hashtag entschuldige mal bitte. Ja, für Lisa. Lisas Hashtag entschuldige mal bitte. Hier liegt ein Müllungsfeuer. Ich sag das voll häufig, ne? Es fällt mir auch manchmal auf. Warum schleiche ich denn jetzt so komisch? Ja, du musst nochmal Steuerung drücken. Du hast was geteilt, ne? Ja. Ist ein Bug. War super. Wenn du was im Inventar teilst, schleichst du permanent, denn es ist, äh, Steuerung eingerastet, die Taste. Es wird mal Zeit, dass die wieder ausrastet, ja! Definitiv. Wäre was für mich. Voll was für mich. Eine Taste, die ausrastet. Mir gibt's keine Attachments, ne? Doch. Ich wollte das Energy mitnehmen, Alter. Ich hab nur... Kein Griff gefunden und kein... Und ich sag so. Griff hab ich auch nicht gefunden. Was fehlt denn dir noch, Moni? Ja, Donat, ich hatte mal Glück. Wir fehlen zwei Griffe und vorne ein Mündungs-Dämpfer für die... Für was? Achso. Okay. Für wen? Für die Scar. Keine Ahnung, das war übrigens genau das gleiche wie gestern. Überraschend reinstürmen, Dauerfeuer und ging los. Achso, so so einer... Hier wieder Rambo. Jetzt war wieder Rambo-Aktion und es hat funktioniert. Hahaha. Spray, Oberhalb und dann geht's. Die waren so überrascht von dir, das haben sie nicht mehr mitgekriegt. Die beiden gestern auch. Ja, könnt ihr mal bitte eure... Könnt ihr mal bitte eure Dots löschen? Also Kylan, du? Weg. Braucht noch jemand ne vorne? Weil mein Dot ist Zone. Nee. Hä? Wo kommt denn jetzt der gelbe Dot her? Der war noch da, alles klar. Okay, weg. Mein Dot ist Zone. Auf zum Zone. Okay. Ja, mein Griff hab ich selber... Ruf einmal, ist der Ton weg. Äh. Ich würde aber laufen wollen. Ja, au, ja klar, klar. Braucht man bei der Karte überhaupt nen Auto? Ja. Äh, wenn sie die Zone nicht verschnellert haben, geht's an sich. Also ich brauchte gestern einmal ein Auto. Also... Aber... Okay. Da war noch nicht... Ich bin grad wieder... Da war die Zone noch nicht vorher markiert. Ich lauf schon wieder über Holz im Wald. Die Bretter sind... Ähm, also macht euch... Also es ist halt wirklich hier extrem krass, wie die Leute hier im Busch hocken. Habt ihr ne Granate gefunden? Mhm. Ne... Ja, hab ich. Nein. Hab eine. Okay. Ja, Lisa hab ich. Und das bist du. Ja. Schwul. Schwul. Ich geh mal in die Fuckboy. Oh, ein Dreierhelm. Schick, schick. Ich hab ein Zweier dafür gedroppt. Okay. Ich hab ne Dreierwitzel gefunden. Äh, ja, das... Das Event hab ich auch gelesen. Hab übrigens auch ne Granate. Dann nach links weg, wenn du drinnen bist. Ich... Jetzt. Krass. Oh, das ist ne Pfanne. Pfanne erwähnt er wieder nicht, wisste. So jemand ne Mini? Ne. Oh, ein Griff. What? Ich hab auch einen gefunden vorhin. Brauch jemand... Möchte jemand einen Vierer? Krieg das sonst nicht mit. Ja, ich. Ich, ich. Okay, dann nimm du es, Moni. Ich hab... Ich hab ein Zweier. Das ist okay. Hier in der Hütte. Long, schlong. Leonard, sehr geil. Ja, genau. Den... 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 Der wird lustig. Warte, ich komm weg. Danke. Wenn sie dann vielleicht auch noch die Zonen schneller machen und sowas, dann wird das richtig lustig. Hm, total. Shotguns, ne? Moni, hier ist noch nen Aufsatz für den... Ja, genau. Ähm, das einzige, bei Shotgun only, wären die Server so inperformant, weil Leute nur noch Autos fahren. Ja. Da. Ah, das kann sein. Naja, Wengard macht regelmäßig, ähm, ihr Community Games auf seinem privaten Server. Da macht er das auch. Hast du noch eins? Und... Okay. Da fährt den wieder mit dem Auto. Cool. Erstmal mit, ne. Ich hab vier. Ich auch jetzt. Schön, wenn die Jungs vorrennen. Hm. Na, wenn ihr so langsam seid. Ne, wir haben noch gelootet. Ja, warum muss man jetzt noch looten, Leute? Das versteh ich gar nicht mehr. Äh, ich loot? Weil wir jetzt... Ja, was braucht ihr denn noch? Ich hab dadurch... Dadurch hab ich einen Vierer gefunden. Und jetzt machen wir mal zusammen. Achso, okay. Wir wären noch fünf, weil Mundi, falls jemand zu wenig hat. Ich habe 260 Schuss insgesamt. Ja. Ich hab auch ungefähr sechstausend. Ich hab 380 zum Nachladen. Äh, keine Ahnung? Willst du die 3er Weste... Ne, haben die hier liegt? Ne mal. Ich hab sie schon. Ach so. Die hab ich über... Echt, da lag eine Dreierweste? Und hier ist noch eine gute Zweierweste, oder ist es eine... Ich hab eine Dreier... Ah, hier ist ein Kompensator für die Ska. Hier. Da vorne. Ach, da hab ich nicht hingeguckt. Oh, der ist besser. Tschüss. Simon, brauchst du auch noch einen Vieroskop? Nein, ich habe eins auf meiner M4. Weil es ist nämlich noch eins. Ja, Schüsse. Okay, Schüsse aus Richtung E. Ich brauch nichts. Ich bin mehr als gut ausgestattet mit einer randvollen Dreierwuchser. Wir müssen in die andere Richtung, Jungs. Ja, ja. Ganz entspannt. Lass uns mal von der Seite hier rumzirkeln. Hallo, Sinder.de. Ja, wir sind aus Sachsen. Das ist korrekt. Ich aus Dresden. Lisa jetzt auch. Also, zwei sind aus Sachsen, die anderen sind weggezogen. Alter, ist das Flugzeug laut. Ja, ist mega nervig, oder? Wir waren aber nie in Sachsen. Drop auf 60 Kloß. Was? Wo? Ach, da. Alles Ossis. Auf 60 Klo sind er am Himmel. Ach, du Scheiße. Ich gehe hinter den Stein. Ich setze mich hier in den Busch. Seht ihr mich noch? Wo bist denn du? Das ist schwer. Das ist wirklich schwer zu sehen hier. Kennst du Ossatz? Ja, war ich. Wie ist denn? Der Nachteil ist, dass ich auch nicht sehen kann, was vor mir los ist, aber egal. Sachsen Power, Leute. Also, der droppt hier direkt in dem Dorf. Da will ich... Au. Erstens saß ich hier mit einem 15-fach. Alter. Da kannst du eigentlich schon fast von Kartenende zu Kartenende gucken. Wollen wir hin? Soll ich mal rangehen? Wollt ihr mich decken? Was? Ich glaube, das haben wir schon oft genug getan. Das brauchen wir nicht. Danke. Okay, wollt ihr mir Deckung geben? Danke für das Abgesinn. Der Deckung ist in Ordnung. Wenn ich da hingehe, ist da eine M24 drin. Nee, du meinst immer noch eine M249. Nein, es ist die M24. Aber der M24... Na, der M24 ist doch aber gut. Aber ich habe die immer da drin. Okay. Ich habe gestern und heute in den Airdrops M24 drin gehabt. Nichts anderes. Hier steht noch... Hier liegt noch ein Energy. Äh, ein Pengping. Ja, ich bin voll. Ich kann ihn jetzt nicht mehr mitnehmen. Äh, Sinder, der Spendenlink ist auf Twitch. Den habe ich hier bei YouTube nicht eingefügt. Der ist ein Twitch-Panel. Danke für das Abo. Das freut mich. Ich habe leider gar keine Attachments mitgenommen für den Sniper. Nee, ich habe auch nichts. Ich habe alles... Ah, warte, 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 warte mal, bitte. Äh, ich habe einen auf 115 gesehen. Auf SE bin ich der Meinung. Ja, renn raus, Lisa. Ich mache die Tür wieder zu. Okay. Der ist hinterm Haus verschwunden, meiner Ansicht nach. Ach, schon so dicht bei uns? Okay. Ja. Mach mal die Tür zu auf der Seite. Glückwunsch, Lennar. Zur bestandenen Klausur. Sehr geil. Geht's, Ed? Zone, komm dran. Wir sind hier drin in dem Haus. Das ist halt echt so eine Üsterhaus-Camper-Map, ne? Irgendwo. Das ist allgemeine Camper-Map. Da kam ein Schuss von der anderen Seite. Donner, du bist echt ein Assi manchmal. Ja, in den Wald. Warte mal. Häuser werden schon gesetzt sein. Ja, ne, klar. Also ich gehe hintenrum raus. Ja. Dann gehe ich auch hinten durch raus. Gott sei Dank sind hier keine Scheiben. Die kommen, die haben so eine implementiert. Also der Kunde hier kann noch sein, dass er da ist, wenn ich gesehen habe. Nein, wundern, dass wir noch alle vier leben. Nee, die Zone läuft übrigens schon, ne? Oh, was? Die tickt. Oh, fuck, Alter. Wie kann denn die schon rennen? Die war 30 Sekunden. Ich habe das vergessen. Da ist eine sehr, sehr... Wieso hat deine Frau mir an die Füße? Weil ich zuerst da war. Nö. Ist mir ja vor die Füße gerannt. Alter, schon wieder? Oh, die kreuzt hier Wege mit ihrer auffälligen Waffe? Wir sterben gleich. Hier stirbt niemand. Besser? Ja, besser. Schalldämpfer, kann ich ihn haben? Von der UMP? Ja. Hast du noch die Vector? Ja. Jetzt hat Simon in mich reingerannt. Das ist doch kacke, so was. Vor uns! Wo ist der andere? Wo ist der andere? Noch außerhalb der Zone. Außerhalb der Zone! Hab ihn. Sehr schön, danke. Ich bin mir jetzt zu dritt darauf ballert. Gibst du sie auf? Ich gehe hier hinter. Ich hebe sie auf. Links von uns, ganz close. Simon, neben dir. Ganz close. Ja! Wir müssen uns dann beeilen. 15 Sekunden. Wirklich ganz close, schallgedämpft. Irgendwo bei den Steinen garantiert. Ja, ich muss nicht hielen. Ja. Zone kommt. Zone moved, ja. Oh, Alter. Ja, Piercy ist so echt mies. Noch zwei gegen uns. Gegen vier? Ja, oben auf dem Berg. Ich sehe ihn auf dem Berg, oben. Bei 305 Fahrer. Boah, hier siehst du wohl auch nichts, ne? Der könnte irgendwo im Gras vor uns hocken, ne? Das würde man nicht sehen. Selbst sich mal mit seiner komischen, auch fälligen Hose ist bei dem Orangenbohnen echt gut getarnt. Gut, lass uns drin sein. Was ist ein PSC, Sinder? Ist das jetzt hier ernst? Auf die Straße, die läuft die Zone hinaus. Geh mal ein Stück vor. 22. Komm mit. Wir sind fast drinne. Ja, ich komm gleich nach. Die sind bestimmt dahinter, den Stein. Frage ist, sind sie da mit drinne? Ich logg mal. Oh Gott, wo habe ich denn den hingekloppt? Ganz an die Zone konnte. Ah, da ist er. Ich sehe einen. Äh, auf, ähm, dort hinterm Baum. Hä, auf dort hinterm Baum. Ja, ist klar. Hinter dem, hinter dem, hinter dem, hinter dem linken Stein, wo ich es gesagt hatte. Der andere ist auf der anderen Seite oben. Ja! Juhu! Handy am Ende auf dem 3er Helm. Ja! Geile Runde. Oh, Alter. Und sie ist aufgenommen. Das war mein Kill, ihr Bitches. Yes! Na, den letzten habe ich noch mitgenommen. Mit dem Handy noch. Also den bei mir mit dem 3er Helm. Also ich habe den Kill drauf zu stehen. Ich habe vier jetzt. Ich habe einen, aber ist egal. Uh, geil. Ich habe den letzten.